Alter, du hast nur ganzes Fleisch gehabt, oder? Das ist dieser fucking Creed, der dann immer passiert und dann stirbt man. Nein, wir sind ja eh zurückgegangen, schon. Ja, aber das war zu spät. Ja, aber die Typen, die wären ja trotzdem da gewesen. Das war nämlich ein Bogenschütze, ein Creeper und ein Zombie, das ist so richtig Gay-Shield. War ein Creeper? Was hat das denn gekillt? Ah, deswegen sind die Items weg! Oh Gott, ich weiß, wo der... Weiß was, wo der... Ah, kacke, kannst du das aufnehmen oder ich kann's nicht aufnehmen? Es war so, da war ein Creeper hinter mir und vor mir ein Zombie und da war der Bogenschütze. Und der Zombie hat mich... ich wollte wegrennen, der Zombie hat mich gekockblockt, da wurde ich gekillt, weil der Bogenschütze mich abgeschossen hat, der Creeper hat sich gesprengt und meine ganzen Items mit sich. Aber sowas passiert auch nur mir, oder? Sowas passiert nur mir, fuck that shit! Das ist Pech, ja. Das ist ja scheiße. Aber sind wir von da gekommen? Ich muss mich erinnern, dass wir da in so einem Wasser waren, oder? Naja, wir sind über die Berge gegangen, aber... Weißt du, das ist halt so ein richtig typisches Rage-Game, was die Europäer fehlen und sterben. Und das ist halt alles aufnehmen. Ja, Kiel hat den ganzen Schild richtig... Da ist noch in der Höhle, du, gleich rein. Ja, rein, da, Diamanten holen, nein, shit. Das seht da so schnell. Da unten ist Gold, da ist noch mehr Gold. Das ist fucking Gold, ja. Mal Marken. Und dann hol ich mir fucking Diamanten zurück. Komm, wir gehen jetzt aber nicht rein. Ich gebe mal die... Du kannst reingehen, du hast ja keine Items. Oh shit! Ist da eingefallen? Tod gewesen. Und ich habe actually kein Fudder mehr, also kein Ding mehr. Warte, ich habe leider auch nichts mehr. Dann kommen wir ein, oder? Ich hoffe, wir gehen echt richtig, aber... Da sind noch Kühe, die musst du killen. Wir müssen jetzt auf dem Rückweg so viel mitnehmen, wie möglich. Ähm... Lass mich auf damit, was ist das? Deinen Minizombi! Dam, so schnell. Du, da feige. Der kommt daher, ich schwöre. Ja, scheins auf den Minizombi! Kill. Geragged. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dir. Die kleinen Sackgekill. Der hatte gar keine Chance. Ist einfach nur geragged. Oh, kann. Diese Zombi sind eh karge. Kille die alle! Kille die ganzen Scheissküren! Vergeltung des... Die rennen... Die rennen... Die rennen alle so viel weg und du rennst einfach... Nein, das macht das eine! Ja, die killst du auch noch! Kille einfach alles! Kille einfach alles, was da kommt, wenn wir nach Hause gehen! Ich sammle jetzt einen! Da ist ein fucking Creeper! Weißt du, wir hätten uns... Wie viel Eisen hast du eigentlich? Kacken! Kacken! Ist viel zu viel! Dafür, dass ich das riskiere, dass es mir ein Creeper-Killt! Keine Leider, wollte ich nicht weglaufen! Da, laufe ich auch weiter! Komm ich noch! Kacke, langsam zweifelig, dass ich richtig bin! Fucking Pumpkins! Oh shit, das ist... Du hast dich kein Braut mehr oder? Ja, kein Braut mehr! Kille du die ganzen fucking Kühe! Du musst es halt einsammeln! Die werden schneller abgebaut mit einer Axt, oder? Keine Axt, oder? Eine Axt habe ich! Denen werden die schneller abgebaut! Warte! Komm her! Die ganze Ausrüstung ist natürlich auch weg! Ja gut, die ganze Ausrüstung! Fucking Lederhelm! Und es ist fast kaputt gewesen! Ehh, ich weiß! Damn dude, ich glaube ich verhungergerecht! Das ist ziemlich scheiße! Ich auch! Oh kacke, ich wirklich kacke! Weißt du was wir brauchen? Wir brauchen auf jeden Fall... Wir können nämlich mit dem Kuh... Kürbis können wir... Essen machen! Und zwar Kürbiskuchen! Natürlich, wir müssen... Da sind so viele Kühe, aber sche... Eigentlich dürfen wir nicht draufkacken! Wir brauchen leider das Fleisch, weil das jetzt alles weg ist! Du musst uns halt hinter mir sagen... Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum... Lager, aber ich glaube, ich bin's nicht mehr! Ich bin Sultatet! Jaaa... Ich habe nur noch einen fucking Hungerteil, gell! Naja... In diesem Fall ist das so rotten! Naja, das Problem ist leider, dass... Ja, dann... Warum bloß halt schnell den fucking Ofen? Scheiß drauf! Kill die Feige! Kill mit der fucking Axt! Racked Feige! Gut... Okay, wenn sie es nicht mehr aushält, wir sind zum Essen... Dann bauen wir schnell einen Ofen und... Ich weiß nicht, kann man echt sterben an dem Hunger? Ja, sicher! Du kriegst... Kontinuierlich dann Damage halt nicht so krass wie der WoW, aber... Ich würde beim Wasser... Saufen Damage halt... Ja... Oh shit, da kommt er schon! Der kickt schon in! Was? 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 Oh... Der Hunger! Okay, warte! Ich baue da schnell rein! Oh! Dude! Duuut! Fuck off! Also ich verress mal so ein fucking rohes Schei... Warte mal das rohe... Da fuck das rohe Rindfleisch gibt eigentlich keinen Debuff! Ja, natürlich nicht! Weil das normale... Fehl... Weil das... Ich hab das nämlich jetzt erstmal probiert... Und da hat mir das so einen Hunger-Debuff gegeben... Duu... Duu... Scheiß... Ich hab nur viel Schweinefleisch... Ich hab nur viel Schweinefleisch... Es ist komplett... Ich muss mich komplett refuelen... Weil ich bin so am Koch... Kannst du mir... Eine Axt bauen? Eine... Haben wir... Haben wir noch... Eisenbahn? Oder... Hast du keine... Keine fucking Eisenbahn? Natürlich... Eisbahn... Aber ich geb das nicht... Hast du... Weißt du was der fucking troll ist? Die X? Fucking troll... So... Der... Eine Axt oder eine... Eine... Eine Pilgeaxe... Okay... Die sich was mitnehmen kann auf dem Rück... Ding... Weil ich hab ja nämlich... Oh ne... Ich hab nämlich... Äh... Jetzt leeres Inventar... Also ich kann richtig fett Zeug mitnehmen... Dann kannst du mir die... Den Stack da mitnehmen? Danke... Okay... Warte... Ich nehme das wieder mit... Warte... Nimm dir alles raus aus dem... Aus dem Teil... Weil... Okay, es ist aus... Okay... Das ist so... Lava... Seht aus wie ein Penis... Was ich auch noch bräuchte... Wär... Ich hab's eh gesehen... Ich bräuchte ein Schwert... Weil... Wenn wir das in der Nacht... Das ist ziemlich fehl... Ja... Ich hab nix... Also... Ich... Ich mach mal ein Stein... Schwer... Nein... Ich mach mal ein fucking... Warte... Ich baue auch eins... Das geht sich sogar aus... Kostet zwar jetzt ziemlich viel... Aber ich glaube es ist worth... Tool Waffen... Ja... Wurf... Wurf... Da... Dankeschön... So ihr Scheiß... Feig... Jetzt bin ich schon einmal umgebracht... Sag ich nochmal zu... Okay... Aber nicht da wo du gehst... Das... Dude das sind fucking... Drei Buchschüsse... Da ist glaube ich einer sogar mit der Armour... Warte mal... Wenn der Armour hat... Dann könnte er das droppen... Das ist wirklich eh schon der Sack ey... Alter... Lauf doch mit Penis dabei... Die Range die ist zu groß... Das ist ja fucking Ender... Okay wir gehen doch dort... Aber das Problem ist... Wir wissen immer noch nicht... Ob das die richtige Richtung ist... Da ist wieder ein Ender... Schaut verdammte Kacke... Musst du aufpassen... Mit dem Croats... Ich würd sagen... Ich würd sagen... Wir gehen den Berg hoch... Ja... Dann kommt wahrscheinlich von oben... So ein fucking Shot runter... Du wirst runtergehaut... Und stirbst an Fall Damage... Okay das ist ein Creeper... Aber sonst schauts gut aus... Ich pisch mich an... Okay... Ich pisch mich durch da... Ja... Ja... Hm... Da kein fucking Plan... Dude... Da waren wir aber noch nicht... Ich muss... Ich muss ehrlich sagen... Genau... Es was sein kann... Dass wir da drüber müssen... Ja... Das glaube ich auch... Ja... Da ist das offene Gebiet... Ja... Weil das ist... Das muss so drüben sein... Weil ich bin ja nicht so lange her... Ich bin... Ich war ja eigentlich... Urstellt bei dir... Als ich gestorben bin... Oh, die Hühner... Wieso hat der fucking Armour... Das ersten ist das allerwiesigste... Ders despawned... Der ist einfach despawned... Da... Okay... Nein... 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 Nun muss ich es aufsammeln... Ich war auf Level 30 oder so... Und hab ich gestorben und dann hab ich alles verloren... finde ich trotzdem nur folge ich glaube ich glaube richtig das sieht richtig aus hier aber naja aber da ist dieses dass dieses an einem mit der juni und so ist die ganze hülle da waren wir vorher verdammt das kann sich sein wir laufen zu diesen fällen also mit diesen bäumen zu den bion weil dort ist unser haus irgendwo müssen wir alle ablaufen den schild der herr und eier wieso sind so viele mobs die sind ja auch noch mal viele du das sind eier sind urwichtig die brauchen wir für diesen kürzen kuchen wir wollten es ja nicht so ein küken wenn er es wir müssen uns über unbedingt hühner halten für eier aber das können wir nicht machen ich habe ein paar eier mitgenommen die ganzen fags ich habe auch ein paar oder weißt du wie tani das gerade war ich bin dazu gegangen und auf einmal kommt es aus dem graus so denke ich bin so was warum ist da beim aus dem graus rotes der schilder der rekt nirg der schilder der leute ich schau die koordinaten schneller nein ich kann den sachen nicht einsammeln bis wir verarschen warum ich keine sache nicht einsammeln augenze mal eine fucking hexe und zwar Warte, ich komm zu dir. Komm schnell her, ich kann es sagen. Kann ich wenig einsahen. Ich hab mir die Kack-Sache ein, das ist das Wichtigste. Da unten. Und die Frage ein paar abkennst du. Ok, wir müssen bei x auf 70. Das hab ich mir gemerkt. Gehen wir mal x 70, warte mal, wo ist denn sie? Ob jetzt das mehr? Ja, x 70 ist nicht mehr. Nein, sieh überhaupt nicht. Ja, ich glaub das reicht eh, wenn wir da so durchgehen. Das ist mehr oder? Das ist nicht gut. Da in die Richtung. Die Richtung müssen wir. Wo bist du? Ja, wo bist du du? In der Richtung. Ähm. So, time, ich hab sie verloren. Ich hab dich vorher gerade noch gesehen, aber du bist in die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Schau, richte einfach dein Ding so aus, dass es weniger wird bei x, ok? Ja, ok, ich bin bei 150 jetzt. 190, du bist vorhin ja... Ja... Das ist aber eh eh gut, weil es sollte weniger werden. Ach, da vorne bist du! Da, wenn du da gehst, dann kommst du genau in die... Äh... Oh shit, oh shit, oh shit. Nice, nice, fucking nice, du. Fucking nice, okay. Oh kacke, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, ich weiß, fuck. Es wird Zeit einfach so straight zu rennen und pussy out. Ja, fucking pussy out, du. Ist natürlich auch nice, dass jetzt nacht ist und so. Dude, lauf! Also, lauf sie. Jetzt wird mir stehen geblieben, das war fail. Oh shit, der hat mich verfehlt, der Sack. Okay, warte. Ich hab mir die andere koordinaten nicht gemerkt, leider. Ich hab mir die andere koordinaten nicht gemerkt, leider. Nein, nein, jetzt fragen Sie, aber es müsste eigentlich... Es müsste eigentlich... Es müsste eigentlich Richtung Meer sein, weil... Sorry, ich hab nämlich, ich hab einen Screenshot gemacht. Da, ich hab's gesehen! Ah, juh, fuck jetzt, was geht ab? Boah, es sind so viele Zombies! Fuck, 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 oh shit! Ich hab einen Hit abbekommen. Was gesehen? Ich glaub, dass ich seh, aber... Alter, fuck off! Das sind so fucking viele Zombies! Oh, Spinner! Nein, 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 nein! Was ist, was ist? Lauf, du! Lauf, 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 du Scheiße! Ich rake das, ich rake das Saga weg! Wir müssen einen Home-Punkt, dann müssen wir es eigentlich eh sehen, oder? Das wäre, das war der Saga weg!